hallo freundes geilen youtube sports einen wunderschönen guten tag willkommen hier bei dead by daylife mitarbeiter liebe basket ja moin schön dass du da bist meine liebe anna maria k virus vision jochen und wir haben die hand darin oder ist auch neben geworden das war knapp gewesen gerade so ich habe dabei botein also da will ich bin groß und adrenalin ja das ist auch eine 4 ich habe selbstheilung gegen eiserne wille ist gar nicht mehr so schlecht jetzt hat es übertrieben ich bin noch in der nähe ja ich bin oben im casino wollte gerade sagen ich bin im casino jawohl ich weiß es dir noch mal im saloon ja du wirst noch gejagt ja ja ich gehe jetzt weg ich wollte die wiederum im saloon drin ich bin noch in der nähe ich wollte gerade hinteren so wo ich gekommen hart geniehen zeit sehr gut wir sind beim killer check die würde auf jeden fall natürlich absolut ärgerlich okay ich will nicht in der palette ja ja sie steht dort mit gezogenen hakt wo die hat auf jeden fall weiß sie für selbstheilung die hat kann sie wenig auf dem ist ja gerade vorbeigelaufen ist dann nein war für die rechts und hier hinten ist auch mehr aufwechsam machen ganz verlos baffi ich habe es wieder mit den skill checks unglaublich bist du dann noch soll ich hingehen zum retten oder du darfst ruhig mit mir sprechen wollen du bist irgendwie gemütet im disco so natürlich war gerade gemütet wunderbar herrlich hörst du mich gerne ja ja ich höre dich jetzt wieder okay ja gut 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 ich war gerade dummer weil sie gemütet leider auf den falschen knapp gekommen ich weiß nicht was die da gerade spielen aber sieht echt schlecht aus ja ich soll nähe von ow ja ich glaube hin wie sieht es mit dem nächsten gen aus wie alt bist du und dreiviertel dreiviertel ok jetzt in den keller naja sie kriegt nicht in den keller sah so aus sie wartet den dee strike ab ja kann ich nichts machen leider haben wir eine huntress die leider ein bisschen tunnen tut leider schade echt schade für sie ärgerlich ja odyssey jan very nice ich bin mal sie kommt zu mir sie kommt zu mir ich bin mal im galgen ich lasse natürlich wieder knallen warum sie sind auf jeden fall hinter mir her nami ne oh na ist nicht schlimm ist nicht schlimm da hat er abgeschmiert ja würde ich sagen ich hab gut abgeschmiert aber sie läuft hinterher das ist das ist der einger wie bei werne wo war es denn im krieg da ist er abschmiert Sie folgt mir, sie folgt mir. Nein, nicht, dass sie da knallen, ja. Du kannst retten gehen, du kannst retten gehen. Sie folgt mir weiterhin. Wo seid ihr? An der Scheck. Die retten, die retten, die retten. Ja, die ist durch den Scheck durchgelaufen gerade. Ja, ich weiß. Wo ist doch die andere Seite, wenn es geht? Ich sitze direkt am Gallen. Ja, du müsstest retten gehen. Ja, ja. Lauf einfach los, lauf los. Ach, hier hängt einer. Das bin ich? Nein, du hängst ja noch nicht hier oben. Ich war noch nicht dicht, der war im Deter am Gallen. Okay, sie geht zu dem anderen. Ihr habt nur Scouting, ne? Ja, es ist egal. Sie wird eh gleich herkommen. Okay, ich düse weiter. Okay. Und der Keller ist beim Salumen. Die hat sich neu. Nein! Oh, ich... Du musst. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, die ist mir hinterher. Okay, hab sie. Ja, ich bleib doch noch hängen. Aber sie geht gleich wieder zurück. Sie geht gleich zurück. Der auf dem Gallen. Du musst mal gucken, ob du da dich dran setzen kannst. Nee, ich setz mich grad in einen anderen. Okay. Ich hab ja auch eine, der tickert auch schon ein bisschen. Auf der anderen Seite der Map. Ja, da bin ich hier. Achso. Setz dich schnell mit ran. Hier eine sehr interessante Runde auf jeden Fall. Sehr kurz vor allen Dingen. Ja. Lass es, lass dich mal eben kurz rein. Da kommt die hier rüber. Da kann einer weglaufen. Dann hätten wir die retten können. Aber das ist zu spät. Ich glaube, das war jetzt eigentlich Taktik gewesen. Ja. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Da waren es nur noch zwei. Oh, wem läuft hinterher? Die oder Mia. Ich gucke mal, dass ich wieder zum Gallen rüberkomme. Wenn sie da nicht gewesen ist. Waffe ist wieder gemutet. Der hat es wieder. Du kannst zum Gallen. Ich bin schon fast da. Du wirst, also wird er gleich nicht mehr gejagt. Du wirst, sagt Bescheid, wohl. Wie weit, lange brauchst du? Ich bin bei drei Viertel. Dauert ein bisschen. Du Glück hast du dich nicht getreten gehabt. Aber komm nicht hier rüber. Nein, 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 nein. Ihr seid da vorne, okay? Ich seh euch. Du hast Adresse gesagt. Ja, 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 ja. Dann hast du das vergnügt, dass du jetzt rennen darfst. Drei, zwei, eins. Juhu. 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 Oh, die ist mir jetzt hinterher, bro. Ist die hinterher, okay. Ich versuch das zwar hinten aufzumachen, wo wir den vierten Gen angemacht haben. Oh, man, Leute. Oh, man. Ich bin jetzt erst am Tor. Ich bin jetzt erst am Tor. Ja, ich bin Richtung Wasserturm unterwegs. Also hier war auch das andere. Ja, aber sie kommt zu mir, sie kommt zu mir, ja. Hier war der Ausgang. Ja, ich bin an dem anderen Ausgang. Ja, sie sind an mir her. Ich bin an dem anderen Ausgang beim Wasserturm, beim Wasserrad. Du hast keinen Borrowed Time dabei, ne? Doch, klar. Okay, wunderbar. Mach das Tor ruhig auf, mach das Tor auf, mach das Tor auf. Okay. Du weißt wo, ne? Ja, 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 ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Da muss ich dich runterholen, bevor die mich hittet. Oh. Ich bin zu weit weg. Renn los, renn los. Benutze einen Sprintbus, hock mich ab. Ich nehme den Hit auf mich, damit du vorwärts kommst. Und go. Los, 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 los. Ich bin direkt hinter dir. Wow, bro. Los, 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 los. Noch hab ich Borrowtime. Okay, jetzt überhau dich. Wuh. Das war knapp, Baby. Juhu. Oh, Mann. Oh, Mann. Leute, 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 Leute. Das war echt der absolute Wahnsinn, dass wir beide es noch geschafft haben, hier rauszukommen. Absolut geil. Ja, ich würde sagen, GG für uns. Dann schauen wir uns mal die Punkte an, würde ich sagen. Ja. 26.000, fast 27.000 gemacht. Und nicht schlecht gespielt. Sehr gut, sehr gut, würde ich sagen. So, ein... Leider kein Pip gemacht, nur ein Safe Pip. Barbecue, zerblüffen, verstört und korrupte Intervention. Ich hab von dem Ganzen überhaupt nichts mitbekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Ausgespielt. Zwei Leute haben sich leider, also, beziehungsweise einer ist gestaumt, die andere hat ein Disconnect gemacht. Das ist der Klassiker bei solchen Aktionen. Ah, ja. Ich würde sagen, wir haben das sehr gut gemacht. Ja. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne bei uns ein Däumchen nach oben. Wir würden uns auf jeden Fall tierisch darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge einfach wieder. Bis dahin. Schaut ihr die Infobox, nicht vergessen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.